Gucke machen jetzt die Wisch, nimmt den Pass, Gulda, Gajowski, Abschluss, Tor, der hat gepasst, das war ein Hammer, sowas sieht man nicht allzu oft in der Oberlüga, wir sehen es bestimmt in der Minderhöhlung und da ist sie schon, ein Pfund würde man sagen. Flash macht das nochmal gut, versucht da nochmal die Sicht zu nehmen und da selbst bei freier Sicht hast du bei so einem Einschlag als Torhüter kaum eine Chance den noch irgendwie. Auszeit Lindau zu verhindern, ja.